Verschließt die Türen, macht alle Fenster zu. Wir wurden ausgeraubt. Die Superhelden sind schon zur Stelle. Keine Sorge, Mr. von Carnegie, wir helfen Ihnen. Oh, was für ein Glück. Irgendjemand hat offenbar soeben die Königsdiamanten gestohlen. Haben Sie irgendwas beobachten können? Das ist ja das Kuriose. Niemand hat sich diesem Schaukasten genährt. Es scheint fast so, als wären diese Juwelen einfach weggerannt. Ist ja komisch. Diamanten können ja nicht wegkrabbeln, oder? Da wäre ich mir irgendwie nicht so sicher. Sieh mal da. Hä? Wir müssen den Diamanten einfangen. Der Diamant ist in dieses Loch gekrabbelt. Die anderen sind ganz bestimmt auch dort drin. Diese Diamanten sind hunderte Jahre alt und ein wahres Vermögen wert, wenn wir ihnen doch nur irgendwie folgen könnten. Ich glaube, ich weiß, wie wir das einstellen. Oh ja, wir kennen zwei große Superhelden, die selbst die kleinsten Orte erkunden können. Aha. Da ist ja die Baseballkarte. Das erledigen wir sofort. Okay, Wasp, dein Einsatz. Alles klar. Hab sie. Bitte schön. Wow, danke, Ant-Man und Wasp. Ja, danke euch. Ach, sehr gern geschehen. Ant-Man und Wasp, bitte kommen. Wir könnten eure Hilfe hier im Museum gebrauchen. Wir sind schon auf dem Weg. Wir wurden zu einem Einsatz gerufen. Schönen Tag noch. Danke nochmal. Macht's gut. Wir sind so schnell es ging gekommen. Wer hat das gesagt? Das waren wir. Ant-Man und Wasp. Faszinierend. Aber wie habt ihr das gemacht? Das ist äußerst kompliziert. Wissen Sie, ich hab da diese winzig kleinen Partikel erfunden, die die Größe von Körpern verändern können. Und... Oh, und wir sind zum Einsatz bereit. Wie können wir helfen? Oh ja, genau. Was Wasp sagt. Offenbar sind mehrere wertvolle Diamanten einfach so verschwunden. Wir haben gesehen, wie einer davon in dieses Loch gekrabbelt ist. Ich hab das Gefühl, dass die anderen Diamanten auch da drin sind. Okay. Dann werden wir uns schrumpfen und sie verfolgen. Aber da drin wird es mächtig dunkel sein. Tja, also wir könnten euch helfen. Wir haben unsere neuen Leuchtanzüge. Genau. Und wenn ihr uns auch schrumpfen lasst, dann können wir euch den Weg leuchten. Wir könnten euch wirklich schrumpfen. Und zwar hiermit. Das sind Schrumpfdisks. Wir können sie auf Menschen oder Dinge werfen, um sie dann mit Hilfe der Partikel, von denen ich erzählt habe... Genug gefaselt. Jetzt wird geschrumpft. Du hast wie immer recht, Wurst. Wow. Ziemlich cool, oder? Überaus erstaunlich. Also dann, Team, an die Arbeit. Viel Erfolg, ihr mutigen kleinen Superhelden. Was für eine geniale Idee, uns mit euren Leuchtanzügen den Weg zu weisen. Hat irgendwer schon einen der Diamanten gesehen? Also ich sehe nur endlose dunkle Tunnel. Moment mal, ich glaube, ich sehe da hinten was im Tunnel. Das sehe ich mir mal an. Hm. Ich glaube, hier sind die Diamanten nicht durchgekommen. Ansonsten hätten sie dieses Ding hier bestimmt zerstört. Was ist das überhaupt? Also wir wissen genau, was das ist. Das ist ein Spinnennetz. Schnell, wir verschwenden den Durchgang. Tut uns leid, Liebes. Wir haben keine Zeit zum Spielen. Alles in Ordnung, Ant-Man? Also jetzt schon. Naja, mit Ameisen kann ich umgehen, aber Spinnen überlasse ich lieber den Experten. Hey, seht mal, hier ist noch ein anderer Durchgang. Schaut Spidey und seine Superfreunde im Disney Channel.